Jetzt ist der langersehnte Abschlussbericht von KPMG endlich da bei Wirecard. Die Bilanzen müssen nicht geändert werden und trotzdem kommt die Aktie absolut nicht in Schwung. Im Gegenteil und das liegt nicht nur am Coronavirus. Was genau dahinter steckt und ob die Aktie vielleicht gerade jetzt in Kauf ist, erfahrt ihr in diesem Video. Also schaut rein. Bis gleich. Seid ihr Grüßt liebe Börse, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich hoffe ihr seid gesund, kommt mit der aktuellen Ausnahmesituation einigermaßen klar. Und ich hoffe auch ihr seid bereit für eine Verschlimmerung der Lage, denn die wird höchstwahrscheinlich eintreten nach allem was man vorhersagen kann. Und ich hoffe auch ihr behaltet börsentechnisch die Ruhe und verkauft jetzt nicht alles in Panik. Habe ich ja in den letzten Videos schon behandelt. Ihr wolltet mehrheitlich diesmal ein Wirecard Video, also solltet ihr auch eins haben. Vorab, aktuell überschlagen sich ja die Ereignisse, wir kommen kaum hinterher mit diesen unfassbaren Rettungsaktionen der Notenbanken, Liquidität ohne Ende ins System pumpen. Und ich würde diese grundlegenden Thematiken, speziell die Situation der Banken bzw. des Kreditsystems insgesamt auch im Aktienreport am Samstag behandeln. Ich arbeite hier mit einem Kollegen zusammen, der speziell am US-Markt und auch im Bereich der High-Yield-Ölanleihen sehr bewandert ist. Das ist interessant, weil das ist ja dieser Bereich, der im Moment eine der großen Schwachstellen im System darstellt. Bei diesen High-Yield-Anleihen aus dem Ölsektor könnte es viele notleidende Anleihen geben. Das ist eine ganz spannende Thematik. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de-Link und ihr bekommt diesen spannenden Report am Samstag kostenlos in eure Mailbox mit wirklichen Hintergrundinfos und die Boeing-Thematik würde ich da auch noch kurz einschneiden. So, jetzt aber zu Wirecard. Aus meiner Sicht gibt es hier momentan zwei Aspekte, die man beachten muss. Zum einen natürlich klar, dieser KPMG-Bericht, dass er das alles überstrahlt hat und aber auch die Tatsache, dass Wirecard eben nicht nur Zahlungsdienstleister ist, sondern auch Bank auf der anderen Seite. Mit entsprechender Lizenz, allem drum und dran und eben auch eine Bank, die teilweise ihren Kunden auch Geld leiht. Zum Beispiel gab es hier ja im April 2019 diesen Vorfall, wo ein Partner von Wirecard, nämlich Loot, hießen die einen Anbieter von digitalen Girokonten, der selber keine Banklizenz gehabt hat. Und der hat sich damals in die britische Finanzaufsicht gewendet, weil man in Liquiditätsschwierigkeiten geraten war. Also Loot eine Art Fintech, das Anlegergelder eingesammelt hat. Und Wirecard hatte hier für die bei Loot hinterlegten Mittel eine Garantie abgegeben, weil Loot eben, wie gesagt, keine eigene Banklizenz hatte und die Kundeneinlagen deshalb nicht vom britischen Einlagensicherungsschutzsystem abgedeckt waren. Und Loot hatte immerhin vor der Einstellung des Geschäfts 175.000 Nutzer. Angeblich soll Wirecard daraus kein Schaden entstanden sein aus diesem konkreten Vorfall. Aber er zeigt eben, dass Wirecard teilweise eben auch als Kreditgeber bzw. Haftungsbank agiert. Und das ist in Zeiten eines drohenden Credit Crunch, den wir ja schon wieder sehen, jetzt gerade ein bisschen prinzipiell nicht ungefährlich. Zumal man bei Wirecard ja nie weiß, wo sie überall ihre Finger so im Spiel haben. Andererseits, und das ist aber die positive Seite, hat Wirecard ja im Herbst freiwillig 950 Millionen Euro der 1,75 Milliarden Euro umfassenden Kreditlinie, die man ja unter anderem von der Commerzbank in Anspruch genommen hatte, zurückbezahlt. Freiwillig, vorzeitig. Im Gegenzug hat man dann ja die eigene Anleihe emittiert mit einem Zinskupo von nur 0,5%, also extrem günstig für Wirecard, die noch dazu bis September 2024 läuft. Das heißt, Wirecard ist hier sehr solide finanziert, sogar unabhängiger als früher von Bankkrediten. Daher droht meiner Ansicht nach von dieser Kreditseite, was quasi den Bankaspekt betrifft, im Moment keine Gefahr, Wirecard ist hier sicherer als reine Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die ja beide schon wieder neue Alternativs gemacht haben in dieser Woche. Allerdings, und das war beim zweiten Aspekt und beim großen Aber, das die Balanzierung betrifft, einfach die Untersuchungen durch KPMG haben ja jetzt wieder nur eine Teilentlastung erbracht. Also nochmal kurz zur Aufarbeitung des ganzen, Wirecard hat ja eine freiwillige Untersuchung der Bilanzen der Jahre 2016 bis 2018 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Auftrag gegeben. Damit will man die schweren Vorwürfe der Financial Times entkräften und seit der Ankündigung von Wirecard im Oktober, also seit der Ankündigung dieser externen Untersuchung, warten ja alle auf das Ergebnis. Jetzt wurde es bekannt gegeben, die Aktie ging durch die Decke, es sieht es an der Einkreisung im Chart und beim stark ansteigenden Handelsvolumen, weil KPMG zunächst nichts gefunden hat, also Handelsvolumen in der Einkreisung unten. Danach gab die Aktie allerdings innerhalb von Minuten den Großteil der Gewinne wieder ab, denn bestätigt hat KPMG eben nur die Bereiche Merchant Cash Advance und Digital Landing, also das klassische eigene Geschäft von Wirecard, dass es da keine Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Aber die meiste Kritik und die meisten Vorwürfe und am dubiosesten war ja dieses Geschäft mit Drittpartnern und genau dort sind die Untersuchungen eben noch am Laufen und werden erst offiziell am 22.04. abgeschlossen sein. Klar, der Teil der Untersuchung sei sehr viel komplexer, heißt da alles okay, aber das Problem ist natürlich, durch die aktuellen Entwicklungen im Coronavirus gibt es einen Reißestopp und so weiter, wird auch schon angekündigt, dass es zu Verzögerungen kommen kann. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass der Travit wahrscheinlich wieder nicht eingehalten werden kann. Wenn man sich die Entwicklungen in den letzten Tagen anzieht, auch der Jahresabschluss wird ja verschoben, wird vielleicht noch weiter verschoben. Das heißt, letztendlich sind wir wieder mal fast so schlau wie vorher bei Wirecard. Drama ohne Ende einfach, daher auch der Titel des heutigen Videos. Was mit der Aktie jetzt passiert ist im Prinzip einfach, dass sie mit dem DAX weiterläuft. Der DAX bricht gerade schon wieder massiv ein hier, 8.04.60 Uhr, 13.00 Uhr circa. Wirecard läuft mit nach unten, 82 Euro im Moment, also nah am 52 Wochentief von knapp 80 Euro. Das heißt, die Aktie läuft einfach mit dem Markt mit im Moment. Und was die Investorenseite betrifft, sind die Claims ja quasi eh schon abgesteckt, sage ich mal. Das heißt, es gibt einerseits eine deutlich erhöhte Shortquote. Ich habe nochmal die ganz aktuellen Zahlen jetzt nachgeschaut von Mitte März. Das sind 26,95 Millionen Aktien geshortet, entspricht 23,47 Prozent der freihandelbaren Aktien. 21,6 Prozent aller Aktien, wirklich ein sehr hoher Wert. Tesla zum Beispiel liegt bei 9,1 Prozent. Es gibt hier allerdings noch deutlich krassere Fälle. Zum Beispiel gibt es in den USA eine Aktie, die heißt GameStop. Da sind im Moment quasi 100 Prozent aller Aktien geshortet. Und bei Peloton sind 93 Prozent aller freihandelbaren Aktien geshortet. Und Peloton ist ein IPO. Also es gibt schon noch krassere Fälle. Aber eine Shortquote von über 20 Prozent bedeutet einfach schon, dass sehr viele finanzkräftige Anleger sich ziemlich sicher sind, dass was faul ist bei Wirecard. Und mit Nachhaltigkeit darauf wetten, dass die Aktie fallen wird. Umgekehrt sind aber auch ganz viele der ganz großen Investmentbanken und Fondsgesellschaften ganz stark long positioniert. Das heißt, die haben sich große Pakete an Wirecard-Aktien für ihre Fonds gekauft. Allen voran die DWS, die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Da hat der Flaggschiff vor, der von Tim Albrecht geminagt wird, der DWS Deutschland, 9 Prozent seiner gesamten Gelder nur in Wirecard investiert. Das heißt, man geht hier fast an die maximal zulässige Obergrenze von 10 Prozent je Einzelwert heran. Das heißt, enormes Commitment pro Wirecard hier bei der DWS. Auch Union Investment, die Fondsgesellschaften der Volks- und Reifweisenbanken, ist bei Wirecard mit von der Partie, halten 3 Prozent aller Wirecard-Aktien. Und das sind nicht nur die Deutschen, auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Bank of America und noch einige weitere andere. Das ist Who is Who der US-Investmentbanken. Alle, fast alle sind an Wirecard beteiligt. Teilweise sind das Pflichtbeteiligungen, muss man aufpassen. Deutsche Bank und BlackRock zum Beispiel sind ja große ETF-Anbieter. Das heißt, wenn die einen DAX-ETF im Markt haben, müssen die auch entsprechend Wirecard, entsprechend ihre Gewichtung im DAX halten und in Wirecard investieren. Aber insgesamt sind diese Big Player wesentlich stärker investiert in Wirecard, als sie das eigentlich müssten. Das heißt, wir haben bei Wirecard wirklich eine sehr, sehr spannende Konstellation, auch von Investorenseite her, einen erbitterten Machtkampf zwischen Bullen und Bären. Und interessant dabei ist und wichtig meiner Ansicht nach die DWS, die hat erst im Herbst ihre Positionierung massiv aufgestockt. Das heißt, es ist nicht so, dass die Bullen hier schon eh unter Wasser wären, also auf hohen Verlusten sitzen, sondern dass diese quasi gezielt, speziell die DWS, die Ausverkaufskurse im Zuge der Short-Attacken im Herbst genutzt haben, um Positionen bei Wirecard aufzubauen. Nochmal, das zeigt ein sehr, sehr großes Commitment, dass Wirecard wirklich sauber ist und die Aktie zu Unrecht abgestraft worden ist und Wirecard eine der wenigen Aktien ist, die so eine außergewöhnliche Chance bieten. Und die Long-Seite quasi ist auch mehr, ist größer, weil 45% der Instits sind Long. Die Short-Port liegt, wie gesagt, bei etwas über 20%. Klar, die Mehrheit muss nicht immer recht haben, das ist auch klar. Aber meine persönliche Meinung kennt ihr wahrscheinlich. Ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Jahren intensiv mit der Aktie und besonders auch mit den Vorwürfen der Financial Times. Ich habe da unzählige Stunden damit verbracht, das alles durchzugehen. Und ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die Vorwürfe größtenteils falsch sind bzw. auch irreführend dargestellt sind und Wirecard am Ende gestärkt aus diesem scheinbar unendlichen Drama hervorgehen wird. Deswegen ist meine persönliche Meinung, und ich kann mich natürlich ganz klar, dass wer die Aktien im Moment hat, sie auch halten sollte. Ob man Wirecard nun ausgerechnet während der Corona-Krise kaufen muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Klar, natürlich ist die Aktie jetzt so günstig wie lange nicht mehr, aber das sind eben viele andere Aktien auch. Man muss sich halt grundsätzlich darüber im Klaren sein, das Risiko ist bei einem Investment in Wirecard erhöht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Schwankungsbreite ist bei der Aktie traditionell höher als im Marktdurchschnitt. Die Chancen natürlich entsprechend auch. Aber hier kommt im Moment eben jetzt auch diese psychologische Komponente ins Spiel. Ich sage mal, normale Anleger, die in Aktien, ETFs investiert sind oder auch sonst einfach eher Buy-and-Hold-Anleger sind, die in Blutschips investiert sind, die erleben im Moment die höchsten Verluste seit der Finanzkrise. Viele von euch wahrscheinlich auch. Und zwar laufen diese Verluste in rasantem Tempo auf. Und es besteht hier aus psychologischer Sicht das Risiko, dass man in Panik verfällt, ganz klar, und seine Aktien dann doch irgendwann auf den Markt wirft, wenn die Nachrichtenlage zu verrückt wird. Ich sehe das auch ganz konkret in meinem Umfeld. Viele überschätzen sich da selber. Und wenn man in einer solchen Situation dann noch viele spekulative Aktien im Depot hat, die vielleicht noch stärker fallen, wenn der gesamte Markt runtergeht, als der gesamte Markt selber, dann steigt die Gefahr, dass man die Nerven verliert. Und das gilt speziell für diejenigen von euch, die das vielleicht zum ersten Mal mitmachen, so ein Crash. Daher mein konkreter Ratschlag, und klar, nochmal, ich kann natürlich auch falsch liegen, ist nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Ihr wisst, dass, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Wirecard jetzt zu kaufen, überlegt es euch sehr genau. Nicht wegen der Firma selber, sondern wegen der Schwankungsbreite. Kauft vielleicht lieber ein DAX ETF. Da seid ihr indirekt dann auch in Wirecard investiert. Klar, die Gewichtung liegt nur bei 1,3%. Ihr habt vorher mal nachgeschaut, nicht so hoch, aber dafür könnt ihr dann zusätzlich eben auch zum Beispiel SAP, Linde, Siemens, Allianz etc. zu sehr attraktiven Kursen erwerben im Moment. Ihr wisst, ich bin normal ein Stockpicker. Das heißt, ich kaufe lieber einzelne Aktien, keine ganzen Indizes, keine ETFs. Aber die aktuelle Krise ist eben aus meiner Sicht so einschneidend und so fundamental und bietet mittel- und langfristig so große und einmalige Einstiegschancen, dass man als Anleger das auf keinen Fall vermasseln sollte. Das heißt, ihr solltet wirklich nur sehr, sehr sichere Aktien kaufen oder eben ETFs, wo ihr eine Garantie habt, dass ihr während der Krise nicht untergeht und beim anschließenden Aufschwung, der früher oder später kommen wird, aber auf jeden Fall mit dabei seid. So viel für heute. Ich werde euch weiter begleiten, wenn ihr mögt, versprochen, mit top aktuellen Themen. Das nächste Video kommt hier am Sonntag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert und das Glöckchen verpasst. Das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr das Video nicht. Ich bin Armin Park, ich bedanke mich herzlich bei euch. Macht's gut, behaltet die Ruhe. Es werden noch wieder andere Zeiten kommen. Ciao.